In diesem zweiten Teil geht es von uns vom Salzhaft auf die Insel Pöhl nach Kirchdorf. Dort im Haft von Kirchdorf wettern wir das Sturmtier auf Kirsten ab und erkunden ein bisschen die Insel Pöhl, bevor es dann für uns wieder bei ruckigen Bedingungen zurück nach Heiligenhafen geht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ist es warm? Und? Ich würde sagen, es ist schön warm, oder? Wir hatten eine schöne Ankernacht vor Langenwerder, haben dann heute Morgen bei strahlendem Sonnenschein den Tag begonnen mit dem Bad noch hier in der Ostsee und jetzt haben wir eben den Anker gelichtet. Dabei mussten wir noch ganz gut aufpassen, weil der Fischer hier außenrum viele Reusen gelegt hat, aber es hat alles gut geklappt und jetzt machen wir uns auf. Wir wollen heute einmal rund um die Insel Vöhl fahren und dann heute gegen Nachmittag in Kirchdorf in den Hafen gehen. Weil, genau, weil das Tiefküsten vom Nordatlantik jetzt die nächsten Stunden sich auf den Weg macht nach Nordeuropa, Skandinavien usw. Das ist der erste eigentlich Herbststurm, trotzdem zuerst Ende August ist. Und der bringt dann auch Wetter wohl am Mittwoch, also morgen mit Höhen bis 50 Knoten angesagt. Und da wollen wir uns in Kirchdorf verholen und einen Sturmtag machen. Also wir sind jetzt aus der sogenannten Kielung rausgefahren. Die Kielung ist eben wie ein Kiel, der schlanke Bereich zwischen der Insel Wustow, hier drüben, und jetzt nochmal Langenbärder, ein Naturschutzgebiet. Und das ist ein relativ schmales, natürliches Fahrwasser. Und jetzt biegen wir ab, weil wir natürlich nicht in die Sperrzone rein wollen, die nur von unten unrein ist. Und haben den Jäckeberg, das ist auch ein Flach, was nördlich von Langenbärder liegt, jetzt gerade noch umfahren. Und jetzt ziehen wir die Segel raus und segeln nördlich von Pöl entlang und halten uns südlich vom Fahrwasser Wismar. Und jetzt ziehen wir die Segel raus, bis heute Morgen, Donnerl, Junge 453 zu分. constantly Parets und Tage aufgesicht Bis zum nächsten Mal. Wir haben ein bisschen noch Dünung von gestern und vorgestern und eher flauen Wind. Heißt unter 10 Knoten, das ist richtig schön. Ja genau, deswegen wackelt es ein bisschen. Dass sich der Wind dann komplett verabschiedet hatte, haben wir beschlossen die Segel runter zu nehmen und ein kleines bisschen Motorboot zu machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Kurz vor der Einfahrt ins Fahrwasser von Kirchdorf haben wir dann auch die Leinen und Fender angeschlagen und das ganze Boot bereit zum Anlegen gemacht, bevor wir dann eben wie gesagt ins Fahrwasser nach Kirchdorf gefahren sind. Das ist ja der Vogel. Angekommen im kleinen Hafen von Kirchdorf haben wir uns dann noch einmal im kleinen Spaziergang zur nahegelegenen Kirche die Beine vertreten. Und wir konnten auch schon bemerken, dass das Wetter immer diesiger wurde von davor strahlendem Sonnenschein, bevor wir uns dann wieder zurück aufs Boot begeben haben. Am nächsten Morgen war das Wetter eher bescheiden, was uns aber keineswegs daran gehindert hat, die in Suppöl genauer zu erkunden. Wir haben ja heute Tiefkirsten, so heißt es Tief im Moment. Das wusste wir. Deswegen sind wir gestern Abend in Kirchdorf angelandet. Gegen Nacht nahm dann der Wind zu, so auf 25 bis 30 Knoten in Böen. Und heute war klar, dass wir heute einen Hafentag machen. Jetzt haben wir ungefähr 45 Minuten, sagt der Regenradar. Eine kleine Regenpause. Wintert es natürlich weiterhin. Da gucken wir uns jetzt ein bisschen Kirchdorf an. Kirstens Höhepunkt ist dann heute so gegen 14 Uhr. Es ist ja der erste eigentlich fast schon Herbststurm, auch wenn der Sommer noch kommt. Und der Höhepunkt ist dann angekündigt mit Höhen bis 40 aus Süd-Südwest. Deswegen stehen wir auch mit der Nase nach Süd-Südwest, damit wir den Wind von vorne eben aufs Boot bekommen, was für uns alle ein bisschen besser ist. Und dann flaut er in der Nacht ab und dann morgen am Donnerstag soll er dann noch die Höhen bis 25 haben, sodass wir den ablegen wollen. Los ging es für uns in Richtung Kirchdorf zu unserem ersten Etappenziel, dem Kunstomat. Hier haben wir was Gutes entdeckt. Ein Kunstautomat mit Kunst von der Insel Pöhl. Und da wollen wir natürlich was mitnehmen. Wir müssen uns nur entscheiden, ob wir Grafik, Kulturen, regionale, überregionale Kunst oder andere Kunst haben wollen. Und was? Müssen wir vielleicht abstimmen. Ich bin für Skulpturen. Ja, oder? Ich bin für Skulpturen. Ja, klar. Okay. Heiß. Darfst du einschmeißen, Schlalle? 4 Euro. Und dann ganz kräftig mit Teil ziehen. Einmal richtig kräftig rausziehen. Ja, ziehen. So, und jetzt kannst du es raushauen. Nehmen wir da und kannst es wieder zuschneiden. Na, guck mal. Oh, jetzt zeig mal was das ist. Da ist mein Rüssel, glaube ich. Das ist eine Meerjungfrau. Das ist eine Meerjungfrau. Und nochmal. Hier gibt es Skulptureninsel Pöhl. Hier stehen wir vor der alten Feuerwehr von Kirchdorf. Die haben sie echt hier total schön gerichtet. Und seit 1996 gibt es jetzt endlich auch eine Apotheke. Die haben sich die Pöhler anscheinend hier schon 100 Jahre lang gewünscht. Und erst 1996 ist es dann sozusagen hier gekommen. Neben der Apotheke haben wir dann auch den kleinen Inselfriseur gesehen. Wie auch die Pöhler Werft. Genau, wir sind gerade von unserer kleinen Pöhl oder Kirchdorf und Reise zurückgekommen. Und jetzt füllen wir noch kurz gerade Wasser auf. Weil wir haben die Tanks jetzt schon ein bisschen verbraucht. Und dann geht es rein und gibt Mittagessen. Hey Kalla, was haben der Papa und du gerade gemacht? Scones. Scones? Was ist denn das? Wo gibt es denn das normalerweise? In England. Oh ja. Und warum haben wir das heute gemacht? Weil? Gegen dem Sturm. Richtig. Jetzt draußen. Vollstürmisch ist heute. So richtig, richtig schön eklig. Und wo sind die Scones? Ich sehe die noch gar nicht. Ja. Okay, dann gucken wir uns das mal an, oder? Oh, die sehen aber original aus wie in England. Oh, perfekt. Super, haben wir gut gemacht. Wir sitzen gerade auf unserem Boot und haben das Tief Kösten im Blick. Das haben wir schon ein paar Tage in der Beobachtung. Und dieses Tief kam über Nordatlantik und ist über die britischen Inseln gezogen. Hat sich da allerdings kaum abgeschwächt, sondern eher noch ein bisschen an Stärke zugenommen. Es läuft auch offiziell erst der erste Herbststurm, obwohl noch Ende August erst ist. Und wir sitzen, wenn man hier schaut, hier oben ist Dänemark. Da unten ist Rügen und da unten ist die Rübecker Bucht, in der wir gerade auf Pöhl sind. Und wenn man dieses Tief laufen lässt, dann sieht man, wir sind gerade so im Schwerpunkt. Wir haben angekündigt, noch in ein, zwei Stunden 40, 45 Knot Böhn und dann schütt es tief über Nordeuropa und Skandinavien weg. Hinterlässt dann ganz kurz einen freien Raum mit wenig Wind. Und in diesem freieren Raum mit wenig Wind werden wir dann versuchen auch weiterzufahren, weil das nächste Tiefdruckgebiet hier hinten schon eigentlich wartet und die nächsten Tage dann ebenfalls kommen und durchziehen wird. Frisch gestärkt machen wir uns ein zweites Mal los. Diesmal in Richtung des Standes Schwarz auf Busch. hr. hr. und Der Strand hat uns an sich gut gefallen. Wir konnten leider nicht so lange bleiben, weil dann schon der nächste Regenschauer kam, der uns dann auch dummerweise auf dem Rückweg voll erwischt hat. Okay, habt ihr euch so grob orientiert, wo wir sind? Ja. Das hier ist Großbritannien, Irland. Okay, da oben ist Skandinavien. Da oben sitzt ein großes Tief und Tief dreht immer gegen den Uhrzeigersinn. Und hier über Nordeuropa bzw. Norddeutschland ist das Tief Kirsten, was gerade durchgewandert ist. Okay, das nächste Tief sitzt schon über den britischen Inseln und in zwei, drei Tagen ist das einflussgebend für unseren Bereich. Wenn wir den Bereich jetzt größer machen, dann sehen wir jetzt Donnerstag, elf Uhr, sind wir in unserem Fahrtengebiet. Hier ist Fehmarn, da drüben ist Rügen, hier ist die Mecklenburger Bucht und da unten sind wir auf Pöhl. Okay, das ist doch ziemlich russi. Wir haben im Moment in Böen allerdings 32 Knoten. Jetzt lassen wir es mal laufen und der Wind ist Nord-Nordwest, das heißt, der liegt uns genau vor dem Bug, weil wir ja da hoch wollen. Das heißt, eine Möglichkeit ist die, dass wir jetzt tatsächlich gegen an Richtung Grömitz Motoren und dann, weil da drüben auch weniger, also die Landabdeckung bei einem Westwind, weniger Böen und weniger Wind ist, dass wir dann dort die Segel hochziehen und dann im Halbwindkurs an der Küste uns entlang hocheiern, damit wir nicht so komplett ausgesetzt sind von diesen Böen. Und die Welle nimmt hier auch ab, je weiter wir nach Westen kommen in der Landabdeckung, desto weniger Welle. Das ist jetzt der Verlauf von Küsten, das ist jetzt zum Beispiel 14 Uhr, das heißt, wir haben die nächsten Stunden schon ungefähr das gleiche Wetter wie jetzt. Also jetzt noch länger warten ist wahrscheinlich nicht sinnvoll, wenn man es noch weiter laufen lässt, sind wir heute Abend bei 16 Uhr, da wird es dann weniger, der Wind bleibt aber stabil aus Nordwest, also auf den Windreher heute brauchen wir nicht warten. Und wenn wir dann abends dort sind, das ist das Schöne, dann bleibt der Wind auch in Böen deutlich ab, das heißt, wenn wir dann um Anlegemanöver um Zeit haben, haben wir ja deutlich weniger Wind. So begaben wir uns dann mit einem leicht flauen Gefühle im Magen auf den Weg, aber mit der Sicherheit, dass wir gut vorbereitet waren. Und schon bei der Ausfahrt konnten wir den Wind sehen, der wirklich das Wasser schon in diesem Binnengewässer aufbreitste. Und das war dann wirklich auch sportlich. Klasse, oder? Ja. Oh mein Gott, ja. Ja! Ja! Komm jetzt! Das ist ungefähr besser! Das ist möglichst für 8 Meter bei der Quote! Yes! Oh! Oh! Fuck! Oh! 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 Sehr viel! Das ist ja diese kurze, steile Ostseewelle. Ein bisschen Wind und Welle, wa? Ja, schön eigentlich. Wir können leider nicht segeln, weil der Kuss komplett gegen an ist. Aber das Boot wollten wir eh auch mal ausprobieren. Wie das ist so bei schlechtem Wetter. 20, 25 Knoten. Schon ordentlich Welle heute für die Ostsee. Kurz und steil, aber schon. Und das ist auch unter dem Motor. Wirklich ganz, ganz klasse. Es sitzt entspannt in Dexter und guckt oben raus. Justiert ein bisschen der Kuss nach. Da hält sie mit seinen Leuten. Also auch mit der Motor sensationell. Ja, das Boot hat für seine Größe einen wirklich guten Job gemacht. Doch wegen vielen Grundsäen stand wirklich eine unangenehme Welle. Da das Boot dann auch immer wieder die Wellen runtergefallen ist. Was auch wirklich ekelhafte Schläge getan hat. Weil das ganze Boot gekratzt hat. Und da waren wir doch sehr froh, dass wir das hatten. Leider ist es immer recht schwierig, die echte Wellengröße auf der Kamera richtig rüberzubringen. Für eine kurze Zeit konnten wir sogar ein bisschen segeln. Was auch schön war. Als wir dann aber wieder die Fock eingerollt haben, hat sich der Schäkel gelöst. Und ich musste einmal aufs Vordeck, um die Fock wieder einzufangen. Was wirklich auch sportlich war. Bevor ich dann wieder in einen schönen warmen Decksalon gehen durfte. Kurz darauf haben wir dann noch einen Besuch von einem Küstenwachenhubschrauber bekommen. Was wirklich auch ein spannendes Erlebnis war. Dieser Hubschrauber da um dieses schwankende Boot umkreist. War wirklich sehr spannend. Cool. Kurz vor Fehmarnsund haben dann Wind und Welle nachgelassen. Und wir haben nochmal wirklich schönen Segelwind bekommen. Indem wir dann mit Vollzeug auf Heiligen Hafen zuhalten konnten. Und dann nochmal einfach fast das perfekte Segel haben. Was mal auch schön war. Und nochmal zum Abschluss. So. Bis zum Besuch. Bis zum Besuch. Das war's. Und das war's. Bis zum Besuch. Bis zum Besuch. Du bist du immer noch nie. Die Stadt, alles klar? Ja. Macht es Spaß? Ja, okay. Okay, Jungs, war euch alles klar? Ja? Jo. Ja. 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 Ja.